ja hallo und herzlich willkommen wieder zu meinem youtube kanal der letzten nacht hatten wir zehn zentimeter neuschnee das heißt der winter hat jetzt auch uns voll erwischt die aktuelle teichtemperatur sie beträgt 6,8 grad celsius ja und stellenweise bleibt der schnee auf meinen abdeckungen liegen an anderen stellen wiederum schmilzt er weg worin man jetzt erkennen kann wie unterschiedlich die einzelnen abdeckungen isolieren und ich habe mir im vorjahr eine kleine unterwasserkamera gekauft dann mit dieser unterwasserkamera möchte ich jetzt einmal nachsehen ob bei uns beim fischen alles in ordnung ist und das werde ich jetzt in der folge machen so 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 Das war's für heute. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielleicht ist es die Idee für den einen oder anderen, wie er die lange, düstere Winterzeit überbrücken kann und trotzdem mit ruhigem Gewissen vielleicht auf das Früh erwarten kann, wenn man weiß, was im Teich jetzt tatsächlich Sache ist, was los ist. In diesem Sinne verabschiede ich mich für heute wieder. Bis zum nächsten Mal. Euer Roland Bruch.